Wir sind ja nicht soweit, weiter geht's. Die Katze anzuschaffen mit einem Kleinkind war das Schlimmste, was ich machen konnte. Brachig. So, was müssen wir jetzt hier eigentlich noch machen? Da kann ich hier nicht scrollen durch die Gegend, dass wir mit der hier alles drehen. Bist du soweit? Hast du jetzt aufgehört, die Katze lieb zu haben? Die hat nicht mit Katze zu schwimmen. Hund? Noch schlimmer? Nein. Kind? Kind um 11 Uhr? Nein, das ist doch jetzt egal. Nein, ich will dich ja aufziehen daran, dass du es hier angeschafft hast. Das kann ich nur, wenn ich es weiß. Oh Gott, wie habe ich denn den ersten Schuss von der Schule hinterher neben gesetzt? Eigentlich mal so viel Schaden, wie ich gedacht habe. Ah ok, der ballert einfach random ja, mit der ersten Fähigkeit vom Gansdinger. Naja, der visiert schon das an was du anvisierst, du kannst ja auch gedrückt halten, da kannst du noch ein bisschen anvisieren. Ich habe dir gerade mit der Fähigkeit ein 3000er Crit gegeben, äh 1300er Crit gegeben. Habe ich denn nicht jetzt hier die Fähigkeit ausgewählt, die ich habe, ich will dich haben? Wir müssen auf jeden Fall noch Dungeons suchen. Wir brauchen noch was? Drei Teile oder was hat er das letzte Mal gesagt? Ja, irgendwie sowas. Looten und Leveln habe ich verstanden. Naja, Leveln, ok, Looten, schwierig. Spielst ja nichts. Spielst kein Spiel, wo du lootest. Zumindest nicht in der Art und Weise. Guck mal, hier ist sogar noch ein Checkpoint. Das wäre der Checkpoint, den ich die ganze Zeit gesucht habe, mehr oder weniger. Oh Gott, da soll ich jetzt unten durch? Naja, kannst du an der Seite lang laufen, so ich auch. Kannst du unten durch, aber wenn du stirbst, dann kann ich dich jetzt wiederholen. Hast du das wirklich anquatschen gebraucht? Nein, nein, da bin ich nicht anquatschen. Guck mal, hier ist noch ein Sarg. Hast du da irgendeine Antwort, was du hast? Naja, ich habe mich aber auch nicht schlau gemacht. Ähm, hast du irgendwas getriggert, glaube ich? Mach den Anschein, ja. Oh Gott, ich habe dann irgendwas mit der Fähigkeit. Hätte ich einfach Auto gemacht. Wow. Was ist das hier über mir? Äh, das was ich wieder getriggert habe, würde ich behaupten. Ja, ja. Ich kenne mich hier fast in Dinger, ne? Ich kenne das eventlich, keine Ahnung. Ich kann doch nicht mal sagen, was wir da getriggert haben. Auf jeden Fall hat es den Dings abgeholt, den Sarkophag. Wow. Ach, komm schon, ich bin doch ausgewichen, dass der Sprung mich noch getroffen hat. Das ist eine Frechheit. Ich kann nicht resten, mit dem Grund. Ja. War mir eigentlich fast klar, dass wenn er dich resten kann, auch mich resten kann. Du hast gesagt, ich könnte mich nicht resten. Naja, beim letzten Mal war es durchgestrichen. Ja, vielleicht hätte er ja eine Kulung gehabt. Oder du hast keinen Dings mehr gehabt. Du brauchst ja zum resten auch hier einen, äh, ja, genau. Die gibt's nur halt Atomschutzbunker ein nach dem anderen. Da hinten leuchtet was. Ah, ein Eigenschaftspunkt. Achso, muss ich... Ach ne, die kann ich ja nicht verteilen. Ja, geh halt nicht da hoch, die Wand. Ja, das ist der letzte Mal schon gehabt, das Problem. Ja. Die haben aber auch bis jetzt noch nicht wirklich neue Fähigkeiten freigeschaltet. Das ist tatsächlich, was ich ein bisschen blöd finde, dass es auch so random Events sind und so. Also... Ich mein, klar, du sollst das Spiel immer wieder spielen, aber... Durch, durch, durch Random Events irgendwie so, so Sachen zu kriegen, weiß ich nicht, finde ich irgendwie... Ja... Ist für mich wirklich schön zu entscheiden. Sagen wir's mal so. Ja, ja. Ich will ja nicht reingehen, Kai, da kam grüne Scheiß. Ähm... Ja, na ey, hast du gesehen, was da uns entgegen gehört? Ja, ich bin mit der Kima dran gebrauchen konnte. Ja, aber das ist also... Ey, da guckst du dich ja lieber mit dem Alien, ey. Du bist die grüne Scheiße. Ja, wortwörtlich. Wir haben Fluffy eigentlich gleich zurückgelassen. Ah, da ist Fluffy. Wie der weggesprungen ist. Der hat doch nicht mal Schaden gekriegt, wenn ich dich anschießt, kriegst du Schaden. Hier sieht's doch freundlich und einlachender. Sieht hart nach Boss aus, wenn du mich fragst. Könntest du, ich sammle das hier mal auf, die sich verdächtiger wurde? Zylinder der Seelenfunktion, das ist doch die, sollen wir davon die eine sammeln? Ey, mach mal auf Feuer, ne? Wollte den jetzt mal ausprobieren. Wollte den jetzt mal ausprobieren. Wollte den jetzt mal ausprobieren. Ist das jetzt hier, oder? Ja, ich glaub das war's. Sieht zumindest so noch aus. Ist gar nicht so schlecht. Ist nur blöd in engen Räumen, wenn du selber reinlachst. Warum ist Fluffy hinterm Boden? Weil das Ding einsaugt oder so. Warum hast du das mit Fluffy gemacht? Ja, er ist reingelaufen, ja? Gibt mir hier auch irgendwas? Oh, hier kommt auch noch ein Viecher. Ähm. Fluffy kam aus dem Boden mit Schaufler und... Oh Gott, er spielt zu viel Baukommas. Hinter dir. Warte. War nicht aufgenicht, nicht verbessert ist. Die Waffe echt nicht so gut, ey. Äh, hinter uns kommt auch noch ein Viecher. Was hast du jetzt? Können wir jetzt nach Hause? Nein, da kommen noch mehr. Ah. Guck mal noch welche. Jetzt reicht aber auch, oder? Meine, meine Muni. Ich wollte nur das Geld einsammeln. Wenn das eine Muni lag, habe ich so per se gar nicht gesehen. Komm, da ist es unendlich viel Viecher oder lass das einfach hier weggehen? Na komm, das ist einfach, ja. Ja. Reicht jetzt auch wieder. Fluffy, komm, reicht. Er schießt ja immer noch meinen Turret, hast du gesehen? Hm. Irgendwann in 20 Jahren kriegt er immer noch Erfahrungspunkte hier. Na, wie kriegt er jetzt meinen Turret wieder? Ich muss da mal kurz nachgucken. Ich bin halt so beleuchtet. Doppeldrücken, wird die Waffe gedrückt halten? Äh. Wird die Waffe, äh, gibt die Waffe in der Hand des Spiel? Ah, okay, das geht bei der nicht. Okay, die bleibt auch stehen. Nein. Scheiße. Was ist denn los, ey? Ja. Ich hatte genau in dem Moment noch... Naja, hab ich gehört, ja. Ich müsste aber jetzt so langsam mal an den Stein lecken. Der schießt ja wirklich immer noch, ne? Also, kriegst du halt keine XP mehr, aber der schießt noch. In den nächsten 20.000 Jahren hast du immer noch Erfahrung. Naja, ich glaube, da sind wir zu weit weg von. Zumindest kriege ich keine Anzeichen oder so. Waren jetzt hier der... War das jetzt eigentlich schon das erste Teil, oder? Ja, 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 ich glaube ja, das war das erste Teil. Ist nur die Frage, dadurch, dass wir nicht danach gesucht haben, und das letzte Mal müssen wir jetzt eh nochmal so ein bisschen... Die Sachen... Ist das ein schwarzes Loch? Äh, ja, ja, das hier ist ein schwarzes Loch. Ich weiß nicht, ob du das auf dem aber auch siehst, aber ja. Alles verzerrt hier. Wir werden verschlungen, so dicht wie da draußen. Äh, eigentlich werden die schon lange verschlungen, die wir, glaube ich. Da waren nicht irgendwie tausende Jahre auf uns, oder so. Alter, hat er ja nicht erzählt. Früher gemacht sowas. Wir können uns ja heute nicht alle sehen. Ich weiß nicht, ob ich das will, ehrlicherweise. Äh, sicherweise. Ich bin seinen Schüssen aufgewichen, um in deine Schüsse reinzulaufen. Das war doch perfekt, oder? Ja, aber, aber ich glaube du hast noch einen abgekriegt... aber ist hier vorne noch was, bevor wir ihn aufzuhren nehmen schrott ist hier gut verzinktes eisen ist jetzt kein schrott aber hey im prinzip ist das scheiße wie du kleiner hacker er scheint immer plötzlich ein kleiner Hacker ein Glitscher in der Matrix passt zumindest zu der Welt eine Pause des Astropaten 11 guck mal, ich glaub, sie beten dich da endlich, endlich hast du mal einen Ort gefunden ich hab nicht das Gefühl, dass sie irgendjemanden anbilden mit ihren vier Händen und acht Arm auf jeden Fall wäre er hier der Wichseronimo oder so, ich weiß ja nicht er kann auf jeden Fall öfters die Fremde spielen jeder einzelne hat einen Arm oh Gott also so fremd, weißt du warum schläppst du eine Leiche mit dir um? bei mir nicht, glaube ich ich hab aber auch nicht drauf geachtet ich hab gerade auf die Minimap geguckt, wenn er nur gelaufen was ist das eigentlich für ein Willkommens äh ich hätte sicher ein Fami schadiert ach du scheiße wenn ich die Waffe in der Hand habe, wird es zum Flammenwerfer und wenn die Waffe steht, wirft er Kanonen ich fühl mich gescammt ähm, ja vor allem hast du auch meinen Hund aus dem Hotdog gemacht ne, deinen Hund müsste auch, okay, doch, ich kann einen Hund treffen was, hörst du mal auf? das war ja jetzt absolut, ich wollte wissen, ob ich ihn treffen kann ich glaub, ich hab einen Eigenschaftenpunkt bekommen ich weiß gar nicht, woher ich weiß es auch nicht, war so mysteriös und seltsam gerade mysteriös und seltsam was machst du eigentlich hier, Mutter? äh, ich hab kurz mit der Waffe geredet ich wollte mir die kurz anhand sein erleichtern wollte er oder Flammenschwein ist aber ganz schön gut vor vier Armen und vielen Fremden also, du senkst dir eigentlich alles von der Hand, ne? der Schaar ist aber auch nicht so schlecht und dass dein Hund da reinlopft und er ja längst hört was macht er da? was gefällt mir nicht, was er da macht? was macht er da? was gefällt mir nicht, was er da macht? ich hab mal ne Truhe gefunden, ne? ich mach mal kurz die Truhe Aua, 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 Aua ja, ich hab hier gerade ich hab hier gerade ich hab hier gerade nachfragen ob die doch sind Aua, Aua, Aua nicht, nicht Boss Monster ne, meine Waffe war leer und dann bin ich wegen Hallen in die Deckung gegangen und dann kamen nicht Boss Monster und du bist hoch gegangen das hat uns ein bisschen getrennt ja, ich musste da ja agieren ja ich auch, sonst wär ich da gestorben ich hatte schon Angst, dass der mit seinen Armen da kurz Helikopter gespielt hat das war für mich aber Helikopter jetzt fehlt ein Aufzugsjingle jetzt fehlt ein Aufzugsjingle ist das ein Aufzugsjingle? ich mach das zu bezweifeln das ist sowieso im Dauerzustand jetzt kannst du in Scheibe laufen jetzt ja stimmt, er ist meine Munition geht mir du hast immer eine Zweitwaffe, ne? ich weiß, sie vergisst sie gerne, aber ich weiß, ich mag sie halt auch nicht ne? ja, ok, das könnte vielleicht ein Grund sein warum du sie vergisst aber was ist denn gegen die MP1-Waffe? die ist auch genauso wie deine jetzige ich weiß nicht, sie streut so in jede Richtung, die einfällt ah ok, da seh ich sogar den Punkt zauber ich hab die außerdem getroffen wir haben da irgendwas getriggert oh ja, hinter uns ich wollte mir eigentlich einen Ring antworten ja, und wir haben auch gerade noch einen Ring gekriegt und von daher kannst du dir gleich zwei angucken ja du, deswegen ist es mir eingefallen das hab ich mir fast gedacht, ja so, ich guck mal kurz hab ich mir fast gedacht das sind du beleid, dass du Ringen unter den Eiern hast der Ring hat anfängliche anfängliche Streuung und Rückstoß um 35% ey, das Spiel ist Google und ist halt hier zu ähm ups, nein aber das brauche ich nicht ja ich hatte doch eben nen Ring ja Ring des äh, ne warte Ring des Revolverhelden der ist ein Plain Ring der ist ganz, der nur in der Mitte so ein bisschen was aber der ist ganz, der ist ganz einfach nur metallisch sieht der aus Fokussierung der ist neben dem blauen ja, hast ihn ok ok, ne ich bin tot da denn doch, warte, der ist doch neben oh fuck der ist neben dem blauen neben dem blauen offenen Digga, du hast nur zwei blauen Inventar willst du mich jetzt verarschen ah scheiße, ich bin tot was, bist du tot? ja naja, warte ja, deswegen bin ich tot aber mein Hund will dich nicht retten aber der gerade angreift jetzt will er mich retten ja, ich hab ihn ja auch dahinten gestellt aber du warst ja auch mit deinem R und nach dem Alphabet gehen ja auch ein bisschen sehr blind also von daher äh weil das wird ein Eternity later jetzt verreckt doch, danke oder noch hier darf ich jetzt kurz eigentlich mal noch zu Ende machen ja, wenn du nicht mal so eine Angel brauchen willst will ich ja gar nicht, aber irgendwie jetzt hab ich was war das jetzt, der letzte Ring, den wir hier bekommen haben äh äh mit Streuung und so ja ähm ja wie hieß jetzt 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 äh jetzt du hast ein Auge ja ja au oh 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 Gott ey ich war hinter der Säule, Mann kann dein Hund dich noch retten? ja 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 er ist dabei ja hab ich gesehen, deswegen mal kriegt nicht viel Feuerschaden äh äh hab hab ja hab ja die hab ich auch gemacht, ja hab ich das so richtig sehen hier ist nur Ecke mit ein bisschen Loot äh ja gut, den krieg ich ja, wenn du so hebst ja na hier ist auch nur Loot naja äh wobei, hier ist gar nix hier ist auch nicht mal Loot hier ist einfach nur ne Ecke die äh die äh die Stege hier sind auch wirklich safe ja gut, aber die Welt ist ja auch vor tausenden von Jahren untergegangen, ne? also das ist ja genauso wie Sion und Matrix ich finde, dass die hier aber Roboter haben die uns verraten Alter, in Deutschland halten Brücke noch nicht mal 60 Jahre lang und du beschwerst dich, dass die eine tausend Jahre alte Brücke haben, die noch funktioniert? nein sie funktionieren nur deswegen hier in Deutschland nicht mehr, weil jemand auf die Idee gekommen ist zu prüfen ja 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 aber auch besser als ihr in den anderen Scheiß ey, ich seh da ein Checkpoint und ich seh da ein Boss incoming ich seh da ich seh da gar nichts, ich bin da blind für ja, das ist ein kleiner Checkpoint, also Boss incoming wie sie äl ist nein, kein kleiner Checkpoint, wir brauchen sowas nicht ja, doch, wenn ich mir das so angeguckt hab, brauchen wir das schon oh ich habe äh, meinen Ring weggemacht, wo ich äh, Ladung bekommen habe, das ist schlecht wir können es aber hinsetzen, wir müssen nur ausrüsten ja ja, warte mal, ich will nur überlegen, was ich denn dafür jetzt wegnehme ja mit der Streuung welcher war denn das, weißt du das gerade? ne, ich benutze ihn nicht, ich habe den noch nie benutzt hier der Ende von Kai Lua Ka-u-u-la lustiger, lustigerweise ist alles voll, also ah, okay, ja aber wahrscheinlich, weil du ja nicht im Kampf bist, oder was? ja aber war auch, oh, ich habe ja zig Relikte, die müsste ich, also Fragmente, die müsste ich eigentlich auch mal ausfassern, oder? Fragmente sind für Waffen-Mords, oder? weiß es gerade nicht ja, Relikt-Staub, oder was meinst du? ne, die Fragmente, die du in dein Relikt halt reinbauen kannst Rüstung, Rückstoß ach so, das meinte ja guck kurz durch, bevor wir da reingehen ojo ey, noch habe ich keinen Ton, der dir sagt, eine Eternity Night, also von daher hast du nur Glück ne da reingeht er aus Fähigkeiten, Abgangszeit, kritische Treffer, ja, kritische Fälle also das klingt jetzt aber auch nichts irgendwie, wow gut, Feuerrad ist halt auch hinfällig, aber, ja, ich lasse es jetzt mal ja gut, aber weiß ich nicht, ich habe hier einen Plus-Zweier, und ich glaube 10 ist Maximum bei denen der würde mir 4% mehr Munition geben, dann habe ich hier 5% mehr Erholungsrat des Fahnenkreuzes ja gut, aber ich habe, naja, das sieht bei dir genauso aus wie bei mir Gesundheit und eingesammelte Munition und alles ja, aber die anderen, die du hast, meine ich Fähigkeit, Dauer, Fernkampfscharmen, Verbrauchstempo also, das ist halt nur minimal, aber wenn du die mal hochpusht, wenn du Geld hast wobei, Tatsache, die Mod-Dauer ist doch bei der Waffe geil, oder? ja, die Mod-Dauer ist bei der Waffe geil, ja, genau warte mal, ich guck mal kurz, ich hatte das gesehen ja, das war glaube ich, das ist glaube ich gelb Mod-Kosten, Waffen-Mod-Laufzeit, die wärtest du, ne? das müsste sein, ja, ist ja nur Waffen-Mod, also, ja die sind zwar auf nur 1,8, äh, 5, 7%, warum man das auch auf 3 Stellen nach dem Komma angehen muss, aber ja, okay ja, okay, das ist für dich noch nie gesehen, aber kann man so machen ich finde schon 2 Stellen nach dem Komma schwierig, also generell ein Komma wie sehen die aus? gelb das ist gelb? ja, gelb und das sieht aus wie so ein Mannequin, was die Arme hochmacht warte, wirkungstempo boah, die habe ich noch gar nicht ich glaube, das ist ja völlig random, die habe ich nicht ok ich habe Verbrauchsdauer, was ist denn eine Verbrauchsdauer? ja, du hast doch bei manchen Mods zumindest da läuft doch eine hinverbraucher halt ab Naja, aber sonst steht da ja immer Mod bei. Ja, das ist richtig. Das einzige, was mir jetzt einfallen könnte, es gibt halt, du kannst halt andere, ja, erstens das und du kannst halt andere Reliktherzen, die dann halt über Sekunden laufen und so benutzen. Wahrscheinlich die. Genau. Naja, die ist schade, die Mod habe ich nicht. Die habe ich tatsächlich gerne genommen. Das fühlt sich nicht gut an. Aber das ist richtig, das fühlt sich nicht gut an. Ist das, was sie sagt? Das wäre sehr traurig, wenn das, wenn das ist, was sie sagt. Das wäre wirklich traurig. Wenn deine Frau sagt, das fühlt sich nicht gut an. Naja, wenn, dann reden wir schon von, äh... Ich rede nicht von deiner Frau, sondern ich rede von deiner Frau. Weißt du, wie ich meine? Ah, ah, okay. Äh... Du bist grad explodiert. Ja, weil ich deine Kugel abgekriegt habe. Ich bin mal stehen geblieben, weil er mich einfach eiskalt ignoriert hat. Ähm... Was ist... Ach, du Scheiße. Ich benutze dich doch das erste Mal heute meine richtige Waffe. Ich hab mich wirklich, ich hab das erste Mal jetzt meine... Also die sekundäre benutzt. Ich spiel sonst die ganze Zeit mal meine Acht. Was war das jetzt, was du aufgrund machst? Äh, sah aus wie eine Kette. Ja, ist eine Kette gewesen. Sieht auch aus nach... Gewährt Gesundheit, Ausdauer und Rüstungsbelastung. Ja, das brauchen wir nicht unbedingt, aber... Was hab ich jetzt eigentlich drin? 100% ferne... 10% ferne und 15% nahe kommt, ja. Was hast du drin? Äh... Ich hab Feuerrat und Nachleid schon nicht gehört. Glücksbringer des Revolverhelden. Sieht aus wie Eicheln oder sowas. Zwei Eicheln? Nebeneinander? Oder Blätter oder was auch immer? Ja, nice. Du musst da deinen Hoden reinlegen. Meinen Hoden, Alter. Hab ich aber riesige Schlepphoden, ey. Warum gehst du jetzt weg? Warum hättest du mich hier alleine? Fühl dich gar nicht. Weil ich jetzt den Bosskampf starte. Muss mal gucken, wie du jetzt runterkommst. Hier, mit E. Ich kann... Ich kann... Hä? Ne, ich hab das... Die Flammenwerfer aufgehoben. Ähm... Wait, warte. Ich glaub, ich hab da nie eine Idee, wie ich zu dir komme. Och, schau ich Zwischensequenz. Kann nur eine halbe Stunde dauern. Ich guck immer noch Zwischensequenz. Ich kann eigentlich den Flammenwerfer weg. Äh, mit nochmal die Taste drücken, die da steht. Ich kann jetzt... Also bei mir ist es die 10-Skill-Taste. Ich weiß nicht, wie du es... Ach, das ist ein Turret. Okay. Ja, ja, das ist ein Turret. Hat das jetzt weggerollt? Nee. Ich bräuchte hier... Also, ich wäre ja nicht... Ja, 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 ja. Du bist wieder ein Mister. Ich brauch hier hunderte. Wo ist der jetzt hin? Ist der hier diese Wabe an der Kugel? Oder was? Ich denke. Au. Und das halt weg. Ja. Vielen Dank.